Möchtest du hier? Möchtest du im Land? Möchtest du? Verdammt! Was darf kein Lärm machen? Ja... Ist ganz schön unruhig hier die See... da ist einer da ist einer dort ist eine rechte seite wie macht man das am besten vier stück sind da unten im moment oder da noch einer okay so starke waffe habe ich jetzt hier war ich mal vielleicht bis sie irgendwie dichter dran sind oder so damit die wirkung noch besser ist können der geht nur hier bis zur treppe das ist gut und ich bin da ja ich habe den raketenwerfer hier mit rein genommen den granatwerfer und da fliegen die aber brille auf der nase ja warte doch mal man das ist doch wenn hier zwei dicke und dann da noch ein dicker mal hat jetzt lässt du mich mal los du hans wo es moment moment warte doch erst mal ab hier aber das kann man gerne geben die granate auch ja auch nicht wo kommst du hermann sag mal wo kommst du denn her von draußen aus der stürmelzen see bitte sehr ah da kommt noch einer aber immer wieder mal gucken kommt gerade keine na wo ist er denn da bist du warum brennt hier denn immer so komisch weg man nein 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 die mit ihren raketenwerfer weil ich was gesagt nein 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 du zuerst da ist noch so ein dicker moment aber ja oh der hat mich getroffen ja wie kannst du denn da okay ich habe nicht mehr das lasst mich ach man das war dann so eine hohe statt millionen okay aber mit den waffen kommt da oben nicht hin ja halleluja ja so oh gott oh 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 oder diese scheiß granaten und gerade wegräunen man ballert da einer dann ballert da einer einer rote nach vorne was macht er denn neuerdings diese scheiß granaten das gibt es ja aber nicht ihr führerlich so eine getötet das ist nicht wahr ich mal hier vielleicht stehen erst mal ich komme immer von da oben und alter ja genau eine runde das gibt es da wohl nicht überall kommen die mit ihren granaten dahin was doch erst mal ab hier von allen seiten immer gleichzeitig das ist doch so bescheuert man aber ja gibt mir das denk ja gut was denn die seite hör mal auf damit zu befeuern noch einer warum immer so viele mit den leder strahlender sniper typen ah ähm okay da noch einer alles so schlechte hier kommt von oben mann hallo war macht ihr denn da ist aber nicht wohin was und bist du denn hallo ach da bist du kommen wir hier mal raus oder was ist los hier mit der stache gerade war es rein da kommen noch mehr ich hab da was für euch wieso geht hier nicht auf ok die geht nicht auf wo muss ich dann hin wo dann nicht bei so einer rauen see möchte ich nicht unterwegs sein hoi man sieht ja kaum was was meinst du zeigt mir deine fresse damit da rein schlagen kann man so hier ist ja auch niemand also aber es geht hier weiter dass sie so doch dass ich das nicht bin man cola 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 und mit moment moment hallo hier ok da unten ist jemand sogar ein auto ist da den kann man leicht übersehen genau schreit und noch mal noch lauter hier kann ich ja langsam runter Sully 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 er ist nicht hier du hast mir viel sei dir sicher das hört jetzt auf du hattest ihn nicht oder aber nein eine lüge du weißt ich bin ein Pirat genau mein Freund lacht nur oh je er drücken oder schwimmen nee wo 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 ja und ja klar eine noch mit dem schild also was der mal fressen kann ok komm mal da runter ok Wo kommen die denn jetzt wieder her, man? Oh, ey, die gepanzerte, wie viele gibt's ja auch von den gepanzerten Dingern, ey. Das ist ja unglaublich, man. Kommt das gar nicht hier richtig durch, wenn die einem mal aufhalten. Mann, jetzt lass mich doch mal hier... Oh, natürlich, wieder einer mit... Oh, der kommt ja gar nicht durch. Ah, da ist da ein gepanzerte Typ, hier ein gepanzerte Typ, ey. Jetzt lass mich doch mal hier... Alter, geh doch weg, Mann. Ähm... Ähm... Nee, das geht nicht. Äh... Da komm ich doch nicht hoch. Natürlich nicht. Ach, Gott, ey. Da kann das ja auch nie festhalten. Ey, ja, wo denn dann, Mann? Hoch mit dir. Boah. Aua. Ah, Kamera kann ich nicht drehen. Ja, super. Ich kann die Kamera nicht drehen, nein. Das ist so ein Dreck-Kass. Boah. Ja, der ist auch kaputt. Das kriegt halt da noch was ab. Ey, der Typ, ey. Da muss man mehr als blaue Flecke haben, ey. Äh... Äh... Ey, 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 ey. Oh, nein. Oh, nein. Was soll denn das denn? Was soll denn mit der Kamera los, Mann? Nee, das ist doch jetzt in die Richtung hier, oder was? Ja, wo ist oben? Keine Ahnung, wo oben ist hier. Mal ist die Kamera auf der Seite, mal dreht sich so plötzlich, oder was? So, sind wir doch ein Fass mitgenommen? Äh... Nee. Hä? 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 Okay, hier. Alles gut. Pfff. Äh, 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 äh. 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 Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Ja. Okay. Los geht's. Oh, weia. Oh, oh, oh. Mist, nein, nein, nein. Ah, es kippt, es kippt noch mehr. Oh. Oder so. Schlimmer geht's wohl nicht. Ne. Ähm. Seil. Nein. Geht doch. Warte mal, wo muss ich denn hin? Ähm. Ha. Was ist nur das? Wo soll ich denn dran springen? Ähm. Oh. Aua. Oh. 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 Es kommt. Es kommt. Ah. Ja. Ja. Aua. Toll. Ja. Toll. Okay. Nichts mehr raus aus diesem Aquarium. Hm. Jarmut. Lars. Fahr zur Helle, Habibi. Noo! Die ist das. Oh nein! Putsch, der ist Arschlau! Was war das denn? Ich hoffe ich nicht. Auf Platz, der ist Arschloch! Eieieiei, hat der andere Typ sich auch selbst umgebracht dann. Wir sind ja irgendwo gestandet, wer weiß wo. Wo sind wir denn jetzt hier? Colorado? So, Haribo macht... ach ne, das andere Colorado. Oder... Oder Kuba oder... Hm... Na, auch hier? Auch hier? Der wohnt hier. Helena? Ja, verstehe. Ruf mich an, wenn... sich etwas ändert. Oh mein Gott! Nein, ich bin... Ich melde mich wieder. Nate! Oh... Ich dachte, die mögen das hier nicht. Idiot! Ich dachte wirklich, du wärst tot. Bist du okay? Is... Is Sully... Er lebt. Oh Gott sei Dank. Aber sie haben ihn. Was? Wo? Er ist auf einem Konvoi auf dem Weg in die Wüste. Wir müssen los. Nein! So einfach ist das leider nicht. Komm! Sie sind uns mindestens zwei Tage voraus. Wir können sie nicht einholen. Wir müssen's versuchen. Hör zu. Ich hab einen Plan. Aber dieses Mal bleibt uns nur ein Versuch. Okay. Sie beladen ein Frachtflugzeug am Flughafen. Und über dem Konvoi lassen sie Vorräte fallen. Wir müssen ins Flugzeug. Genau. Du weißt schon, dass wir Fallschirm sprengen müssen. Wäre ja nichts Neues. Das stimmt. Okay. Ich könnte einen Schluck Wasser vertragen und dann müssen wir los. Nein, 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 nein. Mein Kontakt am Flughafen sagt, dass der Start erst für morgen geplant ist. Und bis dahin solltest du ein paar Stunden schlafen. Nein, das ist keine gute Idee. Komm schon. Okay? Er ruft an, wenn etwas ist. Du würdest das echt allein durchgezogen was? Für Sully? Ja. Ich mag deine Einstellung. Ich weiß. Nein, ich... Ich meine das. Ich weiß, was du meinst. Es wird mir leid. Ich weiß. Ich weiß. Wir sind da. Okay, nimm. Mann, hoffentlich muss ich das Ding nicht benutzen. Ich weiß. Aber wir müssen leise sein. Wenn sie uns da drin erwischen, sind wir Geschichte. ok so ich werde hier erstmal die folge beenden und nächstes mal geht es dann halt da rein sie hat sich schon die alte helene pfeffer also frau und ja dann bis zur nächsten folge hier bei tor 3 also dann bleib oder werde gesund und dann bis heute in folge boi boi